Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es mal einen kleinen Wochenausblick geben, denn diese Woche steht eine wichtige Entscheidung an, nämlich die der EZB. Und was das für uns bedeutet und heißt, möchte ich in dem Video ein bisschen aufzeigen und natürlich noch ein bisschen andere News und Infos liefern, unter anderem zum Aktienmarkt und ja, auch zu Gold übrigens und zu den Minen ganz kurz. Und in diesem Sinne möchte ich es auch schon wieder mit der Einführung belassen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es bringt ein bisschen Nutzen. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Risikoinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige im Konto, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich auch kein Risiko und keine Haftung. Die News der Woche. Also gestern am Dienstag gab es ganz spannende und interessante News. EZB-Insider haben bekannt gegeben, dass die EZB vielleicht die Zinsen nicht nur, wie eigentlich ursprünglich geplant, um 0,25 Prozent oder 0,25 Punkte erhöht, sondern gleich um 0,5 Punkte. Das wäre natürlich eine extreme Erhöhung, wenn man so will, aber natürlich immer noch viel zu gering, wie wir sie eigentlich erhöhen müssten, die Zinsen. Das ganze Problem ist halt, an der Verschuldungslage der Südländer eigentlich zu bemessen. Warum? Wenn die EZB müsste eigentlich die Zinsen erhöhen, um die immer noch hohe Inflation zu stoppen und deswegen müssten deutliche und beherzte Schritte eigentlich nach oben stattfinden. Aber was würde das bedeuten? Erstens mal würde man die Wirtschaft damit komplett zerstören und auf den Boden werfen, wo wir jetzt eh schon so viele Probleme haben. Und das Zweite ist, die Südländer haben dermaßen viele Schulden angehäuft. Wenn man hier die Zinsen zum Beispiel um ein oder zwei Prozentpunkte erhöhen würde, dann wären diese Länder eigentlich de facto pleite. Interessant ist, dass eigentlich solche Länder, wie Italien, Spanien und so weiter, in der eigenen Währung, als sie damals die eigene Währung noch hatten, also zum Beispiel die italienische Lira, nicht pleite gehen konnten. Warum? Sie hatten das Monopol aus Gelddrucken. Das bedeutet zwar, dass die Lira gegenüber der D-Mark zum Beispiel abgewertet hat, aber pleite konnten sie in dem Sinn eigentlich gar nicht gehen. Warum? Wenn man größere Schulden hatte, dann hat man einfach neues Geld gedruckt und dann konnte man ihre Schulden bezahlen. Das geht jetzt unter der EZB nicht mehr, weil die EZB hat jetzt das Monopol aufs Gelddrucken. Und das heißt, die Länder müssen sich bei der EZB immer wieder das Geld holen, wenn sie denn Neues brauchen. Und erstens einmal wollte man das ja eigentlich nicht machen. Also es gab eine sogenannte, oder gibt es eine sogenannte Nobel-Auglausel zum Beispiel. Also andere Länder dürfen sich eigentlich gegenseitig nicht helfen. Und eigentlich wollte man dafür sorgen, dass die EZB eben keine solchen Schulden aufkauft, um irgendwelche Sachen, die Staatsaufgabe sind, zu finanzieren. Die einzige Aufgabe, die die EZB hat, ist Preisstabilität und sonst gar nichts. Zumindest stand es mal früher so in den Statuten. Scheinbar gibt es die aber nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das ist das Problem. Und deswegen kann die EZB nicht einfach die Zinsen erhöhen, wie sie möchten, obwohl sie müssten, gerade vor dem Hintergrund, weil die Fed in Amerika, die haben die Zinsen extrem erhöht. Deswegen ist ja auch der Euro so abgeschmiert im Vergleich zum Dollar. Und die Schweizer Nationalbank bezeichnet ja den Euro auch schon als Weichwährung. Und das wird nur richtig spannend. So, jetzt hat man dann, um den Ländern zu helfen, weil die eben nicht selber Geld drucken können, wie sie wollen, also in Spanien, in Italienern, in Griechen, hat man gesagt, gut, whatever it takes. Da gibt es ja den schönen Ausspruch. Das heißt, man hat dann einfach gesagt, gut, dann kaufen wir alle Anleihen, die er rausbringt, unbegrenzt und die EZB zahlt das praktisch. Das Ankaufsprogramm wollte man ja jetzt einstellen. Und jetzt versucht man eben schon wieder neue Methoden auszubacken, um praktisch den Südländern unter die Arme zu greifen. Meiner Meinung nach könnten sie den Südländern auch gleiches Geld schenken, weil es unerheblich ist, ja, nach welcher Methode das jetzt gemacht wird. Die EZB ist einfach schachmatt, ja. Also, um das nochmal ganz deutlich hier an dieser Stelle zu sagen, sie kann nicht mehr, ja. Sie müsste die Zinsen erhöhen, kann es aber nicht, weil wenn sie das macht, dann wirkt sie die Wirtschaft ab und stürzt die Südländer einfach in die Pleite, um das ganz grob zusammenzufassen. Und das ist genau die Krux, vor der aktuell eben die EZB steht. Heute möchte ich an dieser Stelle aber mal ganz kurz Werbung für mich selber machen. Ich habe ja auf meiner Webseite unter bayangold.com, kann sich jeder informieren, gibt mittlerweile ein paar kleine Dienstleistungen, die ich anbiete, unter anderem ein Sonntagsplausch, den ich etablieren möchte, aber nur bei genügend Interesse. Wird 25 Euro im Monat kosten, kann sich jeder selber mal informieren, was da genau drin steckt. Da gebe ich einen Marktausblick, ja, und für die kommenden Woche oder Wochen und möchte einfach Märkte aufzeigen und vor allem Trades aufzeigen, die ich gerne machen möchte in dieser Zeit. Und wer schon bei meinen Sonntagspläuschen dabei war, der weiß, dass das, denke ich, einen guten Nutzen bringt, einen tollen Austausch immer mitbringt und ich denke, eben wirklich auch Geld aufs Konto bringt, denn die Handelsetieren sind, denke ich, in der Regel ziemlich gut, um das mal so zu formulieren. Außerdem gibt es ja mittlerweile mein COD-Online-Seminar, das ich ja erstellt habe, hat lange gedauert. Das ist ein Tradingsansatz, den ich selbst nutze, seit vielen, vielen Jahren. Er ist also erprobt. Funktioniert sehr gut. Wer meine Videos verfolgt, der wird es bestätigen können. Wer bei mir in der Discord-Gruppe ist, wird es erst recht bestätigen können. Da habe ich auch in den letzten Tagen wieder einige Voraussagen gemacht. Die möchte ich auch gleich eine davon aufzeigen. Auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, kann auf der Webseite ein bisschen näher sich das anschauen und wer interessiert hat, würde mich freuen, wenn wir uns dann hören oder sehen. Zunächst aber möchte ich noch eine ganz interessante Grafik aufzeigen. Das sind die Zinsen. Das ist einmal in orange dargestellt, ist das ein Vorlaufindikator von den Zinsen und in schwarz dargestellt sind es die 10-jährigen Treasuries, also die amerikanischen Staatsanleihen, die 10-jährigen Zinsen. Und man sieht ganz gut, dieser Vorläufer, die orange Linie, die funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn die nach oben geht, dann zieht kurz darauf in der Regel auch der Zins an und wenn die nach unten fällt, dann fällt in der Regel auch der Zins. Und jetzt können wir eben so eine Art Diskrepanz eben erkennen, da ist eine Lücke entstanden zwischen der schwarzen und der orangen Linie und deswegen gehe ich davon aus, dass zunächst mal wieder in Amerika, eine Art Zinsübertreibung war das jetzt nach oben, denke ich, dass die Zinsen jetzt erstmal wieder ein Stück zurückkommen, eben Richtung dieser orangen Linie. Das halte ich für nicht ganz ausgeschlossen. Das heißt, eine kleine Konsolidierung und danach geht es weiter. Warum? Die Zinsen müssen natürlich weiter erhöht werden, ob wir wollen oder nicht, weil die Inflation sonst endgültig als Ersparte aller Sparer auffrisst. Dann möchte ich jetzt eben mal auch ein bisschen Werbung noch für meine Discord-Gruppe machen. Die kostet nichts. Wer will, kann da reingehen. Ich poste da immer wieder Trades von mir oder Handelsideen. Am 18.07., also kann jeder nachgucken, während der Gruppe schon drin ist, der wird es bestätigen können. Aber ich habe gesagt, okay, für alle, die noch nicht long sind im DAX, nochmal eine letzte Chance, vielleicht hier gut einzusteigen. Wenn der DAX nochmal bis 12.8 fällt und das hat er fast geschafft, ich glaube 12.800, weiß nicht, 15 oder sowas. Und danach denke ich, dass es nach oben gehen wird. Und während DAX gestern verfolgt hat, die wir mitbekommen haben, was er für eine kleine Mini-Rallye hingelegt hat von über 3,5%, das waren also mal ganz schnell nebenbei fast 500 Punkte, die man innerhalb von einem Tag verdienen konnte. Und genau solche Posts mache ich in meiner kleinen Discord-Gruppe. Wer also will, einfach kostenlos reinkommen und die Idee für sich selbst wirken lassen und selbst prüfen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter. auch habe ich eine Grafik gepostet, zufällig im Discord, aber deswegen habe ich sie nicht dabei. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich glaube, der DAX, der könnte vielleicht vor einer Aufwärtsbewegung stehen und die vielleicht sogar ein bisschen größer wird, also nicht nur 100, 200 Punkte, sondern vielleicht ein bisschen größer ausfallen könnte. Und das habe ich anhand auch dieser Grafik mitbestimmt. Die Grafik ist ganz einfach zu lesen. Wenn dieser Indikator bei minus 10 ankommt, dann würde ich eher einen DAX tendenziell verkaufen. Erreicht ja einen Wert von da oben eben 10, dann würde ich einen DAX gerne kaufen, weil ich davon ausgehe, dass der DAX einen tief erreicht hat. Ja, und das haben wir eben vor knapp zwei Wochen ungefähr gesehen. Da war dieser Indikator bei 10 oben und seitdem ist ja der DAX in einer wunderschönen Aufwärtsbewegung drin beziehungsweise in einer guten Bodenbildungsphase. Und das ganze Spiel könnte eben noch vielleicht zwei, drei Wochen lang gehen, bis wir eben wieder bei einem minus 10 sind. Dann wäre ich erstmal wieder ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier noch ein anderes Sentiment mitgebracht. Das ist Stand aus Amerika, in blau dargestellt. Das ist der S&P 500 und in schwarz, also diese gestrichelten Linien, das ist dieses Sentiment. Und wenn das da oben ankommt, leider funktioniert mein Mauszeiger gerade nicht, sonst würde ich es gerne zeigen. Auf jeden Fall, wenn das da oben auf so einen Extremwert ankommt, wie in der Vergangenheit, dann bedeutet das eher für den Aktienmarkt Korrektur wieder nach unten. Wenn wir hingegen Werte erreichen, die ganz unten eben zu finden sind, also im untersten Kästchen, dann kann man hier ganz gut immer einsteigen. Ich habe damals auch ein Video hierzu online gestellt und habe gesagt, Mensch, ich glaube, es wird Zeit, wieder im S&P zu investieren. Das schaut sehr gut aus, gefällt mir extrem gut. Ich glaube, da kann man mal einen Trader öffnen long. Und seitdem steigt der S&P ja nur und das war im Juni, wo ich das gesagt habe, also seitdem eine wunderbare Rendite, wer da damals auch einen Trade wahrgenommen hat. Und jetzt tendieren wir eben schon wieder an den oberen Extrempunkt. Bedeutet für mich, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal vielleicht einen Ausbruch schaffen, danach wieder gleich eine kurze Konsolidierung kommt und danach könnte es eben noch ein Stück weiter gehen. Warum? Einfach aus dem Grund, weil dieser Indikator hier, denke ich, noch ein bisschen Luft nach unten hat und das nicht in ein, zwei Wochen wahrscheinlich abgespeist ist, sondern eben vielleicht auch sogar drei Wochen eben noch nach oben deuten könnte. Also deutet im Moment alles für steigende Märkte hin. Ich habe hier auch noch eine andere Grafik mitgebracht. Das ist eine Statistik zum S&P 500 und hier ist einfach abgetragen, wie wahrscheinlich es ist, dass in den einzelnen Monaten ein Anstieg im Aktienmarkt stattfindet. Und ihr könnt da ganz gut erkennen, Juli, da haben wir 100% als Wert, das bedeutet, in den letzten Jahren hatten wir immer einen positiven Juli. Das heißt, da hat es immer, wenn man am 1.7. eingestiegen wäre und eben am Ende des Monats ausgestiegen wäre, hätte man zu 100% immer einen Gewinn gehabt. Das heißt, auch das spricht aktuell eher tendenziell für weiter steigende Aktienmärkte. Außerdem habe ich wieder mal ein bisschen was Fundamentales mitgebracht. Auch das gefällt mir sehr gut, was ich da sehe im Moment. in Farbig dargestellt, also in der roten, schwarzen Kombination. Das ist der S&P 500. Der hat nochmal ein neues Tief gemacht und dann sieht man hier auch so einen schwarzen Indikator, also eine schwarze, eine durchgängig schwarze Linie. Ich weiß, das erkennt man ja ganz so gut, aber diese Linie tendiert schon nach oben beziehungsweise hat die neuen Tiefs des S&Ps gar nicht mehr mitgemacht. Und das ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass man hier wirklich vielleicht mal eine Wende sehen könnte, die nicht nur ein paar Punkte nach oben geht, sondern deutlich höher eben den Aktienmarkt wieder steigen lässt. Und das ist ein fundamentaler Indikator. Das heißt, es ist nicht bloß auf Kurzfristigkeit ausgelegt, sondern ich kann mir eben vorstellen, dass das sogar ein bisschen andauert. Damals übrigens, die Korrektur Anfang 2022, habe ich genau mit diesem Indikator auch angekündigt. Außerdem habe ich was für die Edelmetall-Affinen dabei beziehungsweise für die Minen-Interessierten. Ich habe hier immer einen Indikator, das ist hier in schwarz dargestellt. Und ich sage ja immer, wenn wir so einen Wert von knapp 20 erreichen, dann ist das in der Regel ein super Einstieg für Minen-Investments. Aktuell haben wir sogar einen Wert von knapp 10. Das hat man das letzte Mal Anfang 2020. Im Anschluss gingen ja die Minen förmlich durch die Decke, die Minen dargestellt. Übrigens in der roten Farbe, einem roten Chart dargestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch jetzt wieder eine exzellente Gelegenheit für die Minen gerade kommt, eben hier Positionen zu eröffnen. Mir kommt es so vor, als treffen wir gerade hier auf Liquidität. Es kann noch ein ganz kleines Stück tiefer gehen, aber ich glaube, dass hier schon gute Liquidität zu finden ist. Und zumindest für einen Trade dürfte es an der Stelle ziemlich gut sein, dass man hier vielleicht relativ schnell ein paar Euros verdienen kann. Ich möchte es dann schon wieder mit dem Video belassen. Eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video.